Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fear! Ja, wir sind jetzt hier, glaube ich, in diesen Schacht runtergefallen und gehen hier weiter. Aber erstmal werden wir die Waffe nutzen, was haben wir hier für den Rack? Okay. Ist hier irgendwas um die Ecke? Nein. Okay. Wow. Zwei Wege. Haste ich schon mal wieder. Mal sehen. Hier führt eine Leiter runter. Hm. Was soll's? Kann nur schief gehen. So. Äh, ja. Sieht nicht gut aus. Sieht eher nach dem Hauptweg aus. Wir gehen mal hier lang. Doch den anderen Weg. Vielleicht kriegen wir noch einen dieser Booster. Reflex und Health, mir eigentlich egal welch. Und wenn ich mich nicht bombastisch bewirrt hätte, was ist denn das hier? Haha. Sind gar nicht zwei Wege. Ach, nein. Egal. Besser, wir haben nochmal nachgesehen. Okay. Hier flackert schon wieder das Licht. Ist hier was, ne? Feuerlöscher bloß, ein Tor, das zu ist. Wow. Der fette schon wieder. Oh, perfekt. Du wieder. Sieht dieses Button? Ich wundere, was das macht. Upsie. Bye-bye. Wecksau. Toll. Selbstschussanlagen. Als würden die Soldaten noch nicht genug nerven. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Auf nur. Das wollte ich. Na, eh, Panzerglas. Äh, super. Was war denn das für eine Quake? Tja, Selbstschussanlage ist zwar kaputt. Aber trotzdem ist hier eine Sackgasse. Okay. Hä? The fuck? Wie jetzt? Auf das Ding hier. Ähm, okay. Ich raff gerade nicht wirklich. Wo wir hier hin sollen. Ähm. Das bringt's auch nicht. Ist ich irgendwo was übersehen schon wieder? Ah. Hm. Das Ding ist jetzt weg. Alles klar. Okay. Wir laden erstmal wieder die Lampe auf, bevor wir hier runtergehen. Checkpoint. Nein. Ah, hier war der Fette drin. Egal, ob der einen Namen hat. Was hat der eigentlich für ein Problem? Wir wollen ihm doch nur helfen. Aber ich meine, gut, jetzt nicht mehr. Wenn er das nächste Mal über den Weg läuft, dem Karson, knall ich in seinen fetten Schädel weg. Video-Kameras. Ah. Okay. Toll. Toll. Ich hasse so eine Musik. Ah, da hinten. Toll. Oh, das reicht's. Dank nochmal. Ja, toll. Das war erst die zweite und schon hasse ich sie. Durchlassen, hier. Toll. Ich glaube, hier kann man die abstellen. Super. Das ist kein Health Booster, aber egal. Gut, hier können wir wahrscheinlich wieder irgendwas hochladen. Halten wir mal die Backen. Aber ich glaube, es waren ein paar Casualties. Hm. Ein paar Opfer. Ja, so ein Projekt geht ja nie reibungslos vonstatten. Nicht wahr? Okay. Wo ist der Fettkloß? Ah, wieder ein Medi-Kit. Sehr schön. Aber wir gucken erst mal hier rein. So. Okay. Nichts weiter. Nö. Nichts weiter. Gut. Soll ich jetzt von hier rein die Kamera? Okay, da war wieder eine Kamera. Ich sehe sie schon wieder. Hm. Das ist also ein Gang hier praktisch, um die zu umgehen. So. Auf die Plätze, fertig. Los. Ich hasse euch. So. Aus die Maus. Na, von hier ist man gekommen. Hier geht's wahrscheinlich weiter. Ah. Los, rein hier. Mal sehen, ob es noch was... versteckt es gibt. Wie die geht's? Oh, warum? Nee. Hm. Scheiß Ding. Die kommen in der Episode hier zum ersten Mal vor. Und schon kann ich sie nicht leiden. Hm. So, irgendwas Besonderes hier. Nö, irgendwie nicht. Hm. Ah, wahrscheinlich... Ja, okay. Hier ist man normal lang gekommen. Braucht nix. Gut. Das ist schon wieder der Fette. Diesmal gehen wir mal hier rein. Mal sehen. Ob hier jetzt was ist. Nein. Das ist jetzt nicht. Ah, okay. Wir haben hier ein bisschen Ressourcen. Ah, erst reilen, dann einsacken. Hab ich jetzt irgendwas übersehen hier? Mal genau nachsehen. Das sieht nicht so aus. Gut. Wo ist dieser Fleischkloß? Die ganze Telefon, Mann. Ah. Kann mal einer rangehen. Das Gewinne geht mir auf die Nerven. Gut, hat aufgegeben. Hier. Toll. Hätte ich wahrscheinlich rangehen können, aber hab's wieder versäumt. Wo bist du, du Fettsack? Der Pampi wartet auf deinen Kopf. Wo waren die jetzt wieder? Na, da hin. Okay. Sheet. Hm. Geh kaputt. Schon lange keinen Boost mehr gefunden. Wahrscheinlich wieder einige übersehen. Hä? Sehe ich das gerade richtig? Der versucht durch einen Schacht zu... Gott. Da gehen wir gleich hin. Okay. Dem schieße ich den Arsch weg. Hehe. Hat das doch geschafft. Verflucht. Mist. Ich hab keinen Bock, wieder hier blindlinks in eine Kamera reinzurennen. Ah. Guck mal an. Ah, da kommen wir noch aus. Scheiße. Gut. Weiter hier lang. Oh. Oh, verflucht er. Kack, ne? Okay, wir haben uns erstmal die Nachricht an. Okay, wir haben uns erstmal die Nachricht an. I've got some preliminary results for you. All the compounds you have me test for are present. Although the concentrations are significantly higher than expected. I should have a complete report at your desk Monday morning to talk to you soon. End of messages. Ja, eindeutig zwei Kameras hier. Ja. Kein Wunder. So, ein hier. Hier kommen wir wahrscheinlich zu der... Klappe, die wir schon vorhin weggeprügelt haben. Ja. Dann testen wir mal die andere Richtung. Hm. Lassen wir erstmal die Lampe wieder aufladen. So. Ach du Scheiße. Okay, hier kommen wir nicht raus. Aber hier war gerade Strom. Sichtbar. Hm. Okay. So. Oh, Scheiße. So. Eine weniger. Die andere ist wohl da hinten, ja. Wow. So. Hier ist ein explosives Fass. Möglichst nicht drauf schießen. Ähm. Aha. Okay. Wo ein Hammer. Okay. Hier rein. Oh, schon wieder zwei Wege. Oh, 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 oh. Boah, ey. Schon wieder ein Strom-Dingsbugs. So eine ziemlich blutige Leiche. Aber das Medikit können wir nicht mitnehmen. Wir sind auch voll von Gesundheit her. Okay. Nächste Leiter. Wieder ein Checkpoint. Ah ja. Wir sind ja vorhin nicht weitergekommen, alles klar. Oh, jez. Oh, jez. Oh, jez. Oh, jez. Was ist da? Hehehe. Na, kommt. Ja. Na, los. Da sind sie ja schon. Hihihihi. Gleich macht's Bumm. Hihihihi. Na, los, kommt schon. Oh, ey. Wenn das jetzt hier ein Emulator wäre, könnte ich das ein bisschen beschleunigen, aber... Okay, die haben sich einige... Die sich jetzt versteckt, oder was? Ich hab meine Mine wieder umsonst hier hingeworfen. Okay. Na, was gehört? Na, kommt doch. Ey, oh Mann. Also langsam reicht's jetzt. Ja, und warum kommt die dann nicht? Abwarten der Drecksäcke? Schlimmer ist die Tekken-KI, zu der wir aber später noch kommen. Genau, so ein Abwarte-Kack. Was haben die überhaupt für Waffen? Ich sage danach was anderem aus, als das, was ich hab. Ne? Doch nicht? Keine Traitor. Na. Kein Drecksack hier. Rött. Oh, hier geht's noch runter. Noch ein Kit und ein Reflex-Booster. Hehe. Yep, sehr schön. So, gefällt mir das. Genau, von hier sind die reingekommen. Gut. Gehen wir einfach ein bisschen weiter. Na, hier hätten wir den gesehen wahrscheinlich. Oder wir wären ja auch so reingekommen. Weil hier ist wieder zu. Ne, doch nicht. Was ist denn jetzt wieder? Mehr von den Affen? Hm. Oh ja. Diesmal hab ich das fast gesehen. Ja, schön, ja. Weg mit dir. Uh. Die hat's gut erwischt. Ach, Mensch. So. Einer hat's zerwächst hier. So. 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 Ich könnte mal wieder ein bisschen Rüstung finden. Aha. Okay. Was haben wir hier? Ah. Ah. Man vom Teufel spricht. Das Ding muss ich wahrscheinlich betätigen. Oh, erstmal durchsuchen wir noch ein bisschen die Gegend. Oh ja. Ein kleines Munitionslager hier. Okay. Rocket Launcher. Oh. Oh. Gut. Weg mit dem Penetrator. Wir haben zwar bestimmt nicht viele Schüsse dafür, aber macht ja nix. So. Gut. Dann werden wir jetzt mal auf das Knöpfchen drücken. So. Eui, 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 eui. Ohohoho. Scheiße. Scheiße. Was ist das für ein Big Daddy? Boah. Aber recht gut mit dem Leben davon gekommen. Nicht groß, was passiert. Und jetzt können wir wahrscheinlich hier mit hoch. Gut. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch. Okay. Versuchen wir mal noch ein bisschen die Gegend hier, bevor wir weitermarschieren. Ah, scheint nichts weiter hier zu sein. Gut. Ah, okay. Was ist mal hier rein? Muni. Kein Health Booster hier. Schweinerei. Ja, Munition für die Shutty. Shutgun. Bisschen Rüstung auch nicht schlecht. So. Weiter geht's. Aha, aha. Okay, keine Menschenseele zu sehen. Vielleicht ja aber andere Seelen. Irgendwelchen Monstern. Könnt ihr mir vielleicht denken, dass hier oben wieder auf irgendeinem der Regale, die dann Health Booster drauf ist, aber... Aber man kommt ja hier nirgends drauf. Hier vielleicht. Hier kommt man drauf. Na, hier auch. Wenn man einfach nur ne Leiter benutzt. So. Sehen, ob wir hier was finden. Okay. Also bis jetzt. Freude ich mich, was das hier soll. Hm. Tja, kein Schimmer. Hier oben drauf liegt auch nichts. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier runter sollen. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Hm. Lampe wieder ausgegangen. Oh, ich hasse es, wenn ich mich verirre. Oh, sagasse. Okay. Bisschen die Lampe nachfüllen lassen. Tja, hier haben wir gegen diesen fetten Brocken gekämpft, hier sind wir mit dem Aufzug Bruchgefahren, alles klar, hier kommt er wieder runter, weiter hoch geht's nicht, hier geht's auch nicht raus, bleibt ja nur der Weg hier, wahrscheinlich wir irgendeine Gasse übersehen, vielleicht muss man auch einfach nur hier hoch und irgendwas anderes finden, hier rauf, okay, ich stehe gerade wieder ein bisschen auf dem Schlauch, hast du sowas wie die Pest, hier sind wir gekommen, hmm, ziehenden Schalter irgendwo, ne, auch nicht, der einzige Hinweis ist hier die Leiter, aber, ja, so, ja, man sollte die Augen aufmachen, ich höre da unten, glaub ich, wieder so einen Big Daddy-Typ, oh jee, super, irgendwas toxisches, Notfallregelung wird hier eingeleitet, super, irgendwas toxisches, Notfallregelung wird hier eingeleitet, ja, das ist für mich ein Zeichen, hier reinzugehen, Particle Weapon, was ist das nun wieder für Blödsinn, wir nehmen es einfach mal mit, Paketenwerfer mal sowieso leer, Vorsicht, ja, nicht immer, ich weiß, dass wir gerade überziehen, aber ich will erst den nächsten Checkpoint erreichen, wenn es denn hier einen geben sollte. Gut. Mann. Tö, passiert auch nicht oft, dass ich keine Rüstung brauche. Mal sehen, was der Typ hier zu sagen hat. Das ist interessant. Wenn sie den Plugin an den Orang, verheiratlich, dass sie die Tür einfach schlafen und die Tür weggelegt haben, die nicht in den Detail gehen, aber ich glaube, das Ort ist wirklich gefährlich, und ich will, wenn es eine Art von Chemikalien oder so etwas gibt. Das stimmt, auch ein bisschen leise zu verstehen. Ich werde vielleicht mal die Lautstärke am Anfang ein bisschen aufpushen sollen. Ah, hier ist zu, alles klar. Und hier ist es gerade wieder scheiße dunkel. So. Nicht so planlos hier durch die Gegend rein. Hier auf der rechten Seite irgendwas. Nein. Gut. Gehen wir ja ganz normal weiter. Ich hätte aber jetzt... Ah, nein, endlich. So. An der Stelle beende ich hier die Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tada!